Tennis bewegt, Tennis macht Spaß, Tennis hält fit. Beim Bet 1 Kids Cup des Traditionsklubs LTTC Rot-Weiß Berlin treffen sich die jüngsten Spielerinnen und Spieler zum gemeinsamen Wettbewerb. Und die Kleinen schlagen dabei ganz groß auf. Das Besondere daran ist erstens überhaupt das Angebot für acht- und zehnjährige Kinder. Zweitens, dass es am ersten Tag Gruppenspiele gibt, also niemand wird hier nach einer Niederlage nach Hause gejagt, sondern alle Kinder haben mehrere Spiele. Die Kleinsten präsentieren sich in herausragender Form, was allen anwesenden Zuschauern begeisternde und spannende Partien auf der Anlage im Grunewald beschert. Natürlich darf die Aufregung dabei nicht fehlen, denn manche Nachwuchsspielerinnen und Spieler schnuppern zum ersten Mal Turnierluft. Weil ich lernen kann, wie stark Gegner sein können. Es waren knappe Siege, manchmal habe ich verloren, aber ich fand es sehr schön und ich bin noch sehr zufrieden. Auch die Talente der U10 lassen auf den Plätzen nichts anbrennen. Immerhin sind einige von weit her angereist, andere sind quasi Nachbarn der Anlage. So wie Ellen Ahrens vom LTTC. Sie entscheidet jedes Spiel der Vorrunde für sich. Ellen ist im Unterschied zu vielleicht gleich talentierten Altersgenossinnen besonders fleißig. Sie kommt eben nicht nur zum Training, wenn da ein Trainer auf dem Platz steht, sondern sie spielt auch mit anderen Mädchen, mit ihren Schwestern, mit ihrem Papa. Der LTTC Rot-Weiß richtet den Kids-Cup gemeinsam mit dem Förderer und Sponsor Bett 1 aus. Schließlich soll dieser die jungen Nachwuchstalente mit dem Spiel rundum und mit dem kleinen Filzball an den Tennissport heranführend und im Rahmen von Turnieren fördern. Weil es mir einfach immer Spaß macht, auf dem Tennisplatz zu sein. Wir wollen ja auch in Berlin eine Position haben, wo wir die besten Spieler und Spielerinnen bei uns sind. Und das fängt halt ganz unten an bei U8 und U10. Weil es mir so der Spaß macht, dass ich mir ein Ziel gesetzt habe. Ich will eines Tages vielleicht mal Profi werden. Durchstarten und den Freizeitspaß aufleben lassen, so lautet die Devise beim Traditionsclub LTTC Rot-Weiß Berlin in den Sommerferien. Der Verein, welcher in diesem Jahr sein 125-jähriges Jubiläum feiert, hat für Kids und Junioren sowie Anfänger und Fortgeschritten im Alter von 5 bis 14 Jahren tolle Aktionen geplant. Melden Sie, meldet ihr eure Kinder doch ganz schnell für die Tennis-Camps an. Ganz getreu dem Motto, Tennis bewegt, Tennis macht Spaß, Tennis hält fit.